achtsames atmen wir alle sehnen uns danach zeit dafür zu haben einfach da zu sitzen und die stille zu genießen die daraus erwächst einmal nichts zu tun doch wären wir wirklich imstande still zu sitzen und die ruhe zu genießen wenn wir die zeit dafür hätten viele von uns kennen dieses problem wir beklagen uns darüber keine zeit und muße zu haben um uns am puren da sein zu erfreuen andererseits haben wir uns schon so daran gewöhnt immer geschäftig zu sein dass wir nicht in der lage sind uns wirklich auszuruhen und mal nichts zu tun erleben wir dann einen dieser seltenen ruhigen augenblicke am schreibtisch greifen wir schnell zum telefonhörer oder surfen im internet wir sind workaholics und müssen ständig etwas zu tun haben nehmen sie sich doch einmal einen moment zeit um sich dahin zu setzen wo sie gerade sind und genießen sie es nichts zu tun um achtsam zu atmen brauchen sie aber nicht unbedingt zu sitzen vielleicht müssen sie vor dem kopierer im büro anstehen weil jemand vor ihnen ist oder sie wollen mit einer kollegin sprechen und müssen etwas warten vielleicht warten sie auch auf den kaffee oder tee nach dem mittagessen überall können sie achtsam atmen und sich dabei an der gegenwart ihrer mitmenschen und an sich selbst erfreuen beim einatmen richten sie ihre volle aufmerksamkeit auf das einatmen sie werden zu ihrem einatmen sind sie mit der aufmerksamkeit vollkommen beim einatmen werden sie und ihr einatmen eins glauben sie nicht dies wäre schwierig oder ermüdend einatmen kann etwas sehr schönes sein beim einatmen können sie die tatsache wertschätzen dass sie lebendig sind der atem ist die essenz des lebens ohne den atem wären sie nur ein toter körper wenn sie durch das atmen ihrer vitalität gewahr werden kann das mit großer freude einhergehen sind sie mit dieser praxis vertraut ist dieses gewahr sein bei jedem atemzug da sie brauchen den atem nicht zu forcieren atmen sie ganz natürlich und lassen sie den atem einfach wie er ist sei er nun kurz oder lang tief oder flach nehmen sie ihn nur war beim atmen können sie sich sagen einatmend bin ich mir meines einatmens bewusst ausatmend bin ich mir meines ausatmens bewusst greifen sie nicht ins atem geschehen ein spüren sie es nur bewusst und folgen sie der gesamten länge des einatems und des ausatems in dieser zeit in der ihre aufmerksamkeit beim ein und ausatem weilt hört ihr denken ganz von selbst auf die ausrichtung auf den atem kann ihnen dabei helfen sich nicht mehr über vergangene probleme oder die unsichere zukunft zu sorgen sind sie ständig mit ihren gedanken beschäftigt ermüdet sie das und sie können nicht wirklich präsent sein denken sie über ihre projekte nicht nach sie lösen ihre probleme nicht durch nachdenken unsere praxis ist nicht denken das ist das geheimnis des erfolgs versuchen sie nicht mit ihrem verstand lösungen zu finden legen sie nur einen samen in die erde und lassen sie ihn wachsen die lösung wird ihnen einfallen wenn der samen zur reife gelangt ist arbeitsfreie zeit kann sehr produktiv sein wenn sie wissen wie sie sich auf den gegenwärtigen moment ausrichten dann werden sie auch nicht mehr zum opfer von unruhe stress oder depressionen ihren gedankenstrom können sie ganz einfach anhalten wenn sie ihre aufmerksamkeit vollkommen auf das einatmen und ausatmen lenken so 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 Untertitelung des ZDF, 2020